Denk ich mal. Ja, denk ich. Oh, er hat ja gesagt, das ist der letzte Schritt. Ja, vielleicht gibt es ja trotzdem noch so ein Überraschungs. Ja, okay, weiß ich mal. Fünf von acht. Ja, orangene Farbe. Das geht jetzt ab, Alter. Ich bin drüben. Ja, du musst die Kiste mitnehmen. Ja, dann warte. Oh, ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will die Kiste mitnehmen. Schenk, schenk, schenk. Ich mach. Hm, ja. Scheiße. Ja, ich krieg die Kiste. Wer jetzt erst hat Reihard. Ja, renn drüber. Ja, du musst auch sagen, wenn du drückst. Okay, jetzt. Junge. Boah, ey. Fick deine Mutter, ey. Ohne Witz, Alter. Ja, nee, Alter. Ich verstehe echt heute keinen Spaß, ja. Du musst auch eine Prussi. Hast du drückt? Ich weiß. Boah, du musst was sagen. Okay, eins auf drei. Also, wenn ich drei sag, drück ich, ne? Eins. Zwei. Zwei. Zweieinhalb. Okay. Drei. Ja, okay. Ne, jetzt ehrlich. Also, auf drei. Ich mach eins, zwei, drei halt. Eins. Zwei. Drei. Wunderbar. Ich wär auch fast runtergeflogen. Achso. Ich dachte wir müssen irgendwelche Kapseln. Ja, das war schon falsch. Hier, hier, hier. Kannst du schon wieder ein Portal hinsetzen. Kann ich hier runterfüllen? Ne. Wo kommt denn hier Farbe runter? Ah, da. Dann machen wir da mal ein Portal hin. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Drück mal drauf. Auf Farbe. Ja. Ah. Nochmal. Irgendwärts nicht so viel sind. Nochmal. Ja, stimmt. Ja. Du musst da ein Rotes weiter links setzen. Ja. Geht ja nicht. Ich kann ihn nur an eine Stelle setzen. Kann nur so machen. Weiter links. Kannste doch. Wieso? Hey, was machst du? Das Rote. Wir sollten da weiter nach links tun. Geht nur an eine Stelle. Ja. Fast an eine Stelle. Guck wie schnell du bist. Na. Oh. Ja, ich hab jetzt ne Idee. Wo musst du überhaupt hin? Da hinten. Ja, da hinten. Ich hab schon einen Plan. Wir müssen da rausfliegen und dann dadurch so schnell wie möglich. Mach dein Rotes mal da hin. Und wenn du dann durch dein Rotes gleich renn musst du da hin machen. Aber jetzt muss ich irgendwie erstmal da hin. Ne. Geht ja auch nicht. Du musst da hin. Mach mal kurz ein Rotes da hin. Genau. Jetzt musst du ja ein Rotes da hinten hin machen. Jetzt musst du gar nicht irgendeines von einem Roten da hinten hin machen. Mein gelbes, mein gelbes. Ja, keine Ahnung welches das. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, f***. Hab ich mich erschrocken. Erst die Farbe da durch, oder? Ja. Das wär auch. Schlau. Wie soll daten funktionieren. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Okay. Oh, da kannst du nochmal. Musst du aber auf der anderen Seite gleich auch alles machen, ne. So. Jetzt musst du erstmal wieder rüber. So, da und da. 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 Höhöhöhöhöhöhöhöhöhö. Wir müssen aber da gleichzeitig drauf, ne. Jetzt ist die Frage wie Erst mal einfach, ich kann noch von hier aus das Portal machen dann Wie soll ich denn erstmal da hinkommen? Mein gelbes muss ich erstmal da antun Erstmal muss ich Farbe da durchmachen hier Warte Oh Ja warte Ich mach das schon Ja mach Bis So Und jetzt muss ich Da im Portal hin und auf der anderen Seite Jetzt gehst du durch meins durch Oh Ja ich hab ja falsch gemacht, drin durch Ciao Animo Oh war aber knapp ne Ich weiß, bin nächster schon Boah jetzt liegt er unten, der Kist Ja Tür geht auf, was ist mit dir? Achso ja 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 ja, ich hab gedacht wir müssen jetzt alles drei gleichzeitig machen Ja da wäre halt gewesen ey So jetzt kommt schon sechs von acht oder sieben, weiß ich gar nicht Ich glaube sieben Ja glaub ich auch Die sind genau wie man es sich vorstellt Was ist denn hier los? Geil Hammerkei, das wollte ich schon immer mal machen Ne, Spaß Ha, ha, lustig Was passiert denn hier? Ich wollte gar nicht da durch Nein Kann ich da ein paar Dramaten? Okay, dann kommt da unten die Kiste hin Das wäre schon mal was Aber wir haben schon mal die Kiste Wo muss die Kiste denn hin? Guck mal, da steht ein Geschütz Oh Da stehen ein paar mehr Da stehen zwei Da stehen auch noch welche, oder nicht? Da stehen auch noch welche Da sind wir bei fünf Ja, ja, ja Hier, den Laser Wir müssen die Kiste Erstmal fallen lassen Die Kiste müssen wir so machen Die Kiste müssen wir so machen, dass die Geschütze erstmal kaputt gehen Na, hier schon neben dem genügend Schwung Ey, hier sind wir viel zu viele Flächen, wo man was machen kann, ey Hammer, ne? Das finde ich jetzt einfach lustig Ah, falsche Tasse Ah, falsche Tasse Krasser Scheiß Das geht da wieder rein Hammer Hammer Komm, wie das abgeht Nynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynyn Farbe hin. Das geht aber nicht. Doch, klar gedacht. Ja, du meinst. Jetzt nicht mehr, Spasti. Ja, dann geh da rein. Was hast du jetzt gemacht? Ich bin extra untergefallen. Also. Ähm. Ich glaube, so viel Schwung hat die Farbe aber nicht, ne? Na, siehst du. Woaaaaa. Sag ich doch. Okay. Oh nein. Ja, aber jetzt, äh, ich meine Portale anlasse. Das ist jetzt ein Schluss. Am besten. Oh nein. Okay. Da haben wir jetzt schon mal hinkommen. So, jetzt muss ich mein Portal hier ändern. Okay. Jetzt musst du durch. Jetzt musst du erstmal gucken, wie du da hinkommst. Ja, genau. Da und dann da. So, jetzt musst du durch. Und die Geschütze geht auf dich. Jawoll. Fick dich. Ach. Hammer lustig. Ähm. Ah, lustig. Ah. Jetzt müssen wir erstmal die Geschütze irgendwie ausschalten. Jetzt ist die Kiste da runtergefallen. Ja, ich würde sagen, du musst erstmal da hin und dann die Kiste holen. Oder? Glaube nicht. Ja, wie sonst? Ohne die Kiste kannst du die Geschütze nicht kaputt machen. Ja, dann machst du so und drückst drauf. Ja, oder so geht das auch. Ja, und jetzt. Oh. Guck mal. Ja, ich habe es gesehen. Ja. Ich brauche die nicht. Du musst jetzt wieder. Ja. Jetzt musst du wieder da drüber. Nur, wie machst du das so, dass die Geschütze kaputt gehen? Das ist ja immer noch meine Frage. Ja komm, spring einfach mal durch und dann schaffst du das schon. Ich habe ne Idee. Ich habe ne Idee. Ich habe ne Idee. Ja, schön. Wie denn? Wenn die Idee nicht Bombe ist, ich brauche nur mehr Schwung. Dann ist meine Idee super. Du bist den Schwung dann bekommen. Ja, das ist ja jetzt erstmal die andere Frage. Du machst dein Portal da hin. Das funktioniert nicht. Doch. Geh erstmal da rüber. Da rüber. Ich habe voll den Plan, Alter. So mal den richtigen. Ja. Boah, die ein Schwung. Ja, eigentlich meine ich auch das andere. Geh mal da weg. Hol mal ne Kiste. Hol mal die Kiste hin. Was denn? Ja, mach du doch. Warum soll ich deine scheiß Arbeit denn machen? Ja, weil sonst wirst du ja immer alles machen. Ja, mach, mach, mach. Ich bin, ich bin auf Kasu. Er geht ja nicht. Das ist ein Coup-Spiel. So. Ist ja hammer lustig. Ja, finde ich auch, ey. Ne, mach mal bitte. Nimm mal die Kiste und geh. Oder soll ich das machen? Ich weiß doch gar nicht, was du vorhast. Geh mal da rüber. Super. Aber ohne mit der Kiste. Ist schon klar, wenn ich durchrenne, hat die kaputt geht. Ne, aber nur mal so. Stimmt. Oh nein. Nein. Boah. Ja, aber wie willst du die Geschütze sonst kaputt machen? Spring mal. Na lustig. Ich auch. Ja, so schaffen wir das nie. Jetzt hast du. Oh mein Gott. Ich hab doch jetzt versucht, da durchzuspringen, die Geschütze zu. Aber warum denn das? Fick doch eine freudige Mutter. Still doch mal. Mach doch mal mal. Schlivenli. Boah. Ist doch mega einfach, ey. Was ist eigentlich ein dummes Problem? Ah. Pass auf. Ich hab echt jetzt den Durchblick. Pass auf. Ja, stimmt. Obwohl, hä? Okay. Ah, okay. Das ist nicht schlecht. Ja. Wird aber sein können. Hab ich auch gedacht. Wegen dem Schwung. Ja. Weil die Farbe hier fehlt. Touchstick. Wie soll der Farbe hinkommen? Äh. Ja, so kommt die Farbe da ja nicht hin. Das ist korrekt. Moment. Was ist denn, wenn ich die Farbe abkrieg? Jetzt ist die Kiste orange. Ist die Kiste jetzt schnell? Ja. Doch, klar. Ja, aber schnell. Du musst sie einfach loslassen. Nimm die mal und dann... Ja. Oh. Äh. Schlau. Hier. Ja, geht nicht. Du wolltest nicht genügend Schwung. Was ist denn? Was ist denn? Geh mal weg. Geh mal weg. Dann haben wir dein Portal hier weg. Dann warte. Mach ich selbst. Ha. So. Ne. Ha. Hat ja klappen können. So. Jetzt kann ich hier sterben. Auf jeden Fall muss er mit den Platten machen. Ich hab voll die Idee. Ne. Das geht auch nicht. Erstmal müssen wir irgendwie die Geschütze kaputt machen. Aber irgendwie weiß ich nicht, wie das geht. Ja. Du musst mit der Kiste da hoch springen. Das ist ja schon mal das Schlauste. Aber ich weiß nicht, wie man so einen Schwung kriegt, damit man mit der Kiste so hoch springt. Ich weiß nicht. Wenn du durchgehst, geht die Kiste ja kaputt. Mhm. Was ist denn damit? Ja, das ist so eine Idee, ne? Warte mal. Ja. Ja. Ja.